Also dieses Tor, ja, das gibt es, man kann es auch herstellen, nur das Problem ist, Mechanical Parts. So, bei mir läuft wieder. Also von mir aus, können wir anfangen. Also, äh, warte vielleicht, dann mach ich, äh, go. Kannst du, kannst du. Soll ich, soll ich anfangen? Ja. Dann, dann, dann zähle ich jetzt runter. Und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Haha, ich hab nicht runtergezählt. Ich hab schon aufgenommen. Ja, Mann, oh, da steht die Jorle, frisst ein Maiskolben. Dann holt sie die Axt raus. Fleisch? Und irgendwo ist die Jenny. Jenny, wo bist du? Hier hinten. Jenny will zum Mittelpunkt der Erde. Ja, genau so sieht's aus. Jorle frisst ihre Spitzhacke und ich baue Fackeln. So läuft es. Ich bin ans Mikro gekommen. Ähm, ja. Es ist eine gute Idee. Äh, ja, lass ich dich, warte, geh, geh ran, krass ran. Ähm, wir müssten ja, das ist ja eigentlich eine gute Idee, runter zu, äh, zu graben sich. Weil wir brauchen ja auch Zeug. Irons, hab ich letztens vernommen, wollt ihr haben? Ironsen. Dann müssen wir abbuddeln. Ich weiß gar nicht, wie viel Iron wir hatten. Wir haben nicht allzu viel. Also, es ist jetzt hier in der, in der Alpha 15 ist alles so knapp bemessen, hab ich so das Gefühl. Ja. Man kriegt weniger. Ja. Aber ich geh mal kurz rauf, äh, zum Bergflug und setze meine Fackeln, damit man da auch was zieht von dem Buch. Macht das. Du hast ja jetzt eigentlich auch einen Mininghelm, ne? Haben wir schon, ja, schön geschnitten. Ja, aber den, den hab ich Sinn. Gott, ist dunkel hier. Hab, warte mal, ich hab da noch, hab ich noch Skate-Punkte? Eben Stück. Hör, 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 hör. Ich will meinen Bart wieder. Ich seh aus wie, einer von den Village Boys. Ich hab keine Ahnung, warum der Bart jetzt nicht mehr ist. Das ist sowieso sehr merkwürdig. Mein Bart ist weg. Äh, äh, ich geh raus, ich geh, so fett bin ich doch gar nicht. Danny. Hab zu lachen. Oh Gott. Hier draußen was? Ne. Bin ich hier sicher? Ne, wir haben ein Loch im Zaun, ne? Ja. Äh, ja, es ist ja sowieso alles noch offen. Also, sicher bist du draußen? Ne. Also, es ist noch ein ganz kleines Stück komplett offen und wir vorne, das Loch hab ich noch nicht gestopft, aber ich hätte was zum Stopfen in der Tasche, also so ist es nicht. Oh, wir haben kein Iron. Ne, ich setze gerade an. Das läuft hier nicht so gut. Das passiert zu Weihnachten immer, also dass man angesetzt. Gehst du da mal kurz raus, Jolle? Ja. Okay. So, cool. Gold, denn, was macht der denn hier drin? Ja, ich frag gar nicht erst. Wer macht was wo? War es nicht. Nichts, alles gut. Ich frag nicht. Ein Pils. Geht mal kurz gucken. Wo ich denn den... Das muss da hin und das... Da? Ja. Was? Was? Ich versuch gerade rauszufinden hier. Ich baue gerade draußen hier am Bergfried weiter. Ja, baue mal. So. Ah, hier sind noch ein paar Schaufeln von dir, Jenny. Das ist gut. Hier mit dieser kleine Wrench mit. Oh, ich hab hier noch so eine alte Pickaxe, die wir einschmelzen können. Bringt auch noch mal ein bisschen Iron. Ich hab meine alte eben auch eingeschmolzen. Bei 100? Das ist nicht so wenig. Okay. Wie hoch kann man so ein Holzgebäude bauen, bevor es einstürzt? Wenn du es gerade hochbaust, eigentlich unendlich. Gott, das tun wir ja. Eigentlich. Anscheinend. Also theoretisch. Praktisch sieht es anders aus, Fleck, ne? Ich hab ja sogar noch Stützen drin. Also das müsste eigentlich hinhauen. Oh, warte mal. Was? Wir haben 200... 260 Schuss für die, äh, Sniper. Äh, für die Hunting Rifle. Das war die, äh, Muni aus der Kiste... Aus der Schatzkiste. Das ist ja nice. Vielleicht kriege ich eine zusammengebaut. Hab ich... Kenn ich das schon? Doch, assemble. Äh, was? Bisschen... Das ist ein bisschen Part. Ach, Jolle. Das ist doch hier falsch geordnet. Dafür kann ich schon nix. So, jetzt kommt der... Das ist cool aus. Jetzt kommt das Ding. Wie tief muss ich graben, damit ich bei euch rauskomme? Ein wenig. So und so ein bisschen. Wieso liegt denn da ein Steel Arrow Ahead in der... Zum Einschmelzen drin? Wollte ich einschmelzen. Funktioniert nicht. Ist noch nicht weg. Ja, doch. Der müsste aber weg irgendwann. Irgendwann geht der weg. Irgendwann schmilzt der. Grabe mich jetzt senkrecht nach unten. Ich weiß aber nicht, wie tief ich da runter muss. Auch nur ein bisschen. So. 3.50 Uhr. Auf geht's. Neu... Wieder Materialientag, glaube ich, ne? So, jetzt geht's los. Hier ist schon wieder so ein bisschen beschädigt. Ähm, die laufen aber nicht mehr um 5, ne? Die laufen erst ab 5. Ja. Okay, ich mach jetzt erstmal das Feld wieder. Ist es kaputt? Nö, ernten. Ja, ist doch sehr gut. Gut. Fui-deibel. Ob das... Du ein Kack. Du ein Kack. So kriegt man eigentlich aus den Zombies Animal Felt. Das ist manchmal ein bisschen... Ob... Ne, Animal... Ist doch... Ist doch lecker. Kann die das in der Tasche stecken? Dass es dann getropft wird. Danny! Hä? Das hier ist, das hier ist, das hat nicht geklappt. Was? Das hat nicht geklappt. Was hat nicht geklappt? Das hat nicht geklappt. Das ist kaputt. Hilfe! Oh nein, es ist dir wirklich kaputt gegangen? Nein, ich sitze im Loch fest. So glückend kann ich die Leiter nicht setzen. Ja, was ist das für ein Mist? Ja, das geht. Nee. Jetzt haben wir endlich mal ein paar Minuten Ruhe. Na, Gott sei Dank, denke ich jetzt mal. Ich will ja raus. Ich will ja raus. Ach, göttlich. Häufel nochmal. Wer hat denn das erfunden hier? Ich hab gehört, die Schweizer waren es. Jetzt baut er hier die blöde... Hilfe! Ach, was für ein Kack. Ich komm gleich raus. Bin gleich da. So, jetzt aber. Bin ja hochgradig... Jenny hat so ein schönes, gerades Loch darunter gebaut. Irgendwie hab ich das nicht hingekriegt. Tja, Fleck. Ich hab's gleich. Ach, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Wird, wird eine, wird eine Aktion Sondergleichen. Ähm, ja. Sehr gut. Oh. Ihr müsst mich dann nachher hier rausholen. Gleich beschlossen. Nö. Ja, aber auch hoffentlich gewusst. Also, ich hol dich da nicht raus. Nee, ich hol dich da nicht raus. Doch. Das ist ein Hase. Na, komm, rauf da. Rauf da. Rauf da. Oh, es tut mir leid, kleine Hase. Red doch nicht. Es tut dir gar nicht leid. Ich hab wohl gejagt. Stein wegfräsen. Kann eine Weile dauern, bis ich mich bin. Oh, das ist doch nice. Wie ist denn hier weg da? Das ist ein Lumberjack. Hier sind wie... Manu, wir sind hier überall lang Lumberjacks. Lumberjacks. War gerade falsch. Oh, da ist noch ein Hase. Nein. Äh. Holst du Essen gerade? Jaja, ich probier's. Ich jag hier so ein bisschen und ich wollte mal runter an... an den Strand. Ich nenne das jetzt so. Ja, komm schon, rauf da. Ach, tschau. Äh, das ist noch... Noch nicht das, was ich haben möchte hier. Osten? Ich lauf falsch. Nee, ich lauf richtig. Okay. La, 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 la. Wir müssen vor allen Dingen noch so ein paar mechanische Parts finden, bevor Jenny die auch wirklich kaufen kann. Glaube ich. Denk ich. Das dauert noch ein bisschen. Oh, was? Mir ist kalt. Oh, das passiert mir jedes Mal. Oh, ein richtiges gutes Messer. Komm nicht raus hier. Doch, kacke. Mann. Ich find das so köstlich. Irgendwie tut's mir nicht leid. Doch. Deswegen hat man auch immer Holz in der Tasche und dass man Frames setzen kann. Doch, jetzt hab ich's geschafft. Sehr gut. So, das sieht doch schon mal gut aus. Bin gespannt, wann einer von euch da reinfällt. Gar nicht. Gar nicht. Können wir Spitzhacken reparieren? Ja. Kannst du auch selbst reparieren. Mit Eisen, richtig? Ja, mit so... Also, ja. Korrekt. Werde ich gleich mal runterkommen und die Spitzhacken reparieren. Ich weiß nicht, wie tief ich runterbuddeln muss. Da bei euch rauszukommen. Ja, mach jetzt mal ein ganzes Stück weit. So tief sind wir quasi nicht und musst ja den Berg noch mit einbrechen. Im schlimmsten Falle... Ja? ...komme ich irgendwo an der Wand raus. Als wäre natürlich blöd, wer. Oh, nee. Lass mich in Ruhe, Lumberjack. Oh, 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 oh. La, la, la. Na? Hör auf damit. So. Licht an. Na, jetzt freust du dich, dass du dein Mininghelm hast, ha? In der Tat. Für dich schön. Ich denk doch an dich. Ich bin begeistert. Ah, dieses... Das ist unglaublich. Dann, du brauchst noch Mais? Nö, ich hab alles. Ich hab keinen Hunger mehr. Ich brauch Platz. Blood Rocket. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Was? Was, was, nein? Ich hab hier mit der Dings auf meine Bums reingeschlagen. Ah, natürlich. Weil wir auch alle wissen, was deine Dings und was deine Bums sind. Siehste? So, warte mal. Ich muss jetzt hier um die Ecke. Da. Sag mal, ist das, ist das aber noch korrekt, dass, wenn man so einen Kohlehaufen hat oder egal, irgendeine Ressource... Was war das? Was denn? Was war das? Meinst du mein Gegrunze? Hast du, hast du wirklich gerade gerülpst? Ich habe... ...gemacht. Okay. Das hätte ich dich jetzt ganz böse angeschaut. Das war ein Ausdruck meiner... ...meiner Unzufriedenheit. Was ist der englische Begriff für Falltür? Hedge. Hedge. Wenn du das meinst. Danke. Mehr brauchen wir nicht. Eine Hedge. Jenny. Hm? Bitte. Töte ihn doch jetzt bitte. Einfach. Warum? Ich gehe hoch. Ich habe gar nichts gemacht. Sie sind hier sehr verbunden. I've got a hole. Ey, man kann die verstärken. Das ist ja krass, oh Mat. Mach mal an. Nein! Da, pass auf hier. Guck. Also. Da, hier. Ja, warte denn. Guck es dir an. Und da. Hier. Hör auf. Da ist ein Dingsbums. Eine Hedge. Kein Hedgefong. Ist auch kein Igel. Kein Hedgefock. wieder daneben. Was machst du denn? Du bist ein böser Mensch. Würdest du ihn jetzt wirklich? Nein, lass es. Sonst gibt es hier wieder Beef nachher. Sonst gibt es Beef. Shia LaBeouf gibt es sonst. So, ich gehe jetzt das Loch stopfen. Jenny, du weißt doch, du musst das wie ein Unfall aussehen lassen. Ups. Shia LaBeouf gibt es hier. Ich brauche, ich brauche definitiv Glas. Ich brauche Glas. Ja, ähm. Hunden. Holt die doch aus dem Ofen. Du brauchst, äh, die nennen sich... Brrrr, ich brauche Sand, hat sie gesagt. Ja, aber da ist doch auch schon Glas drin, denn du kannst dir das doch einfach im Ofen machen, Mann. Ich mach mir Glas im Ofen. Ich bin mal gespannt, wie das geht. Ich bin so gespannt. Falls sich die Leute fragen, was ich hier gerade mache. Ich hoffe, wir finden hier, ähm, irgendeine Ressourcen. Ressourcen? Ressourcen. So, wo ist denn jetzt hier... Glas ist im Ofen, hast du gesagt. Im Ofen ist kein Glas. Hunde, Hunde, Hilfe! Scheiße, Scheiße! Stirb, Machère! Mein Herz! Meinst du die drei Glaschen in der Kiste? Mein Herz im Ofen, du Beppo! Mein Herz! Da ist kein Glas. Pst, pst, pst. Da sind noch mehr Hunde. Da sind noch mehr Hunde. Während du stirbst, im Ofen ist kein Glas. Im Ofen ist Glas eingeschmolzen. Ah! Nein! Oh nein, ich will nicht. Diese Drecksgüter! Du musst dir da das... Oh, pflege ich. Jenny, erklär es ihm doch einfach. Das ist in den Glas, Blöck. Drecksgüter Nummer eins. In der einen Kiste ist schon bereits Glas drin. Ja? Aber das ist dieses normale Glas. Wenn du das Schöne haben willst, musst du an den Ofen... Oh Mann! Zompfki, zompfki, halleluja! Ah! Ah! Oh! Was machst du denn da? Oh, voll rein! Das klingt nicht so gut. Ah, Glasplates brauche ich. Aha! Aha! Oh! Ich habe gerade drei Hunde gekillt! On my own! Das ist gut. Das hast du... Hoppala! Das hast du gut gemacht. Ich kann auch noch Glasplates herstellen scheinbar nicht. Ich habe mich ins Bein getroffen. Okay. Ja, fall mal um. Passel, lebst du noch? Ich will jetzt Glas haben. Nein, da ist noch ein Güter! Ich habe hier... Das ist echt die Hundehorde, ne? Bäm! Zehn Glas brauche ich dafür. Das ist ja berstig. Alter! Ich mache hier gerade voll ein auf Hero. Ja, du wirst das schon überleben. Glaube ich. Aber... Im Ofen ist kein Glas. Im Ofen ist Glas eingeschmolzen. Es ist da aufgelistet, so wie Iron und Press und Glänz. Das hat da jemand rausgenommen. Da ist kein Glas drin im Ofen. Reden wir vom Ofen oder von der Forge? Forge, Alter. Forge. Es gibt ein Campfire und es gibt ein Ofen. Wir haben nur zwei Forges und in der einen ist nix drinne und in der anderen ist auch nichts drinne. Was hat die Jetty da raus? Was soll ich bitte mit Glas? Wie hat das da rausgenommen und rennt damit jetzt herum? Ja, um dich zu ärgern. Ja, Lümmel. Da waren 7000 drin oder 700 oder so. Aber... Mach der Augen auf im Straßenverkehr, Mann. Da ist hier kein Glas drin. Oh, Mann. Ich gucke in beide Reihen. In beiden ist kein Glas drin. Alter, wenn ich da jetzt komme, ne? Und das fucking Glas sehe. Dann wirklich. Ich schwöre, ich hau dir eine runter. Komm her, guck's dir an. Da ist kein Glas drin. Da ist no Glas drin. 725 Glas. Wo denn? Augen auf im Straßenverkehr. Ich sehe da... Ach, da! Oh, nee. Ich hab nach einem Symbol gesucht, nicht nach einer Schrift. Ah, ist das schön. Ich sitze wieder vor meinem Rechner und schüttel nur noch den Kopf. Ich hab nach einem Symbol gesucht, nicht nach einer Schrift. Vielleicht tut uns diese Woche wieder Pause. Das machen wir ab und an mal, ne? Ihr Lieben, ihr merkt's. Ihr merkt's ja. Tut uns ab und an... Ab und an tut das mal gut. Und ich glaube, wenn jetzt so Weihnachten kommt, ähm... Boah, das wird ja ein Segen. Oh, Flecki. Alter Schwede. Unglaublich, aber wahr. Was ist denn Business-Glas? Aber wir müssen auch gleich wieder raus. Leute. Ihr, die bei mir guckt, wisst genau, was ich jetzt gerade denke. Ähm, hat nix mit euch zu tun. Ich hab hier nur so einen ganz lustigen, verbackenen Hund. Das ist irre witzig, aber ihr seht es ja nicht. Was? Jetzt... Dieser Hund ist so bangy. Leute, wir sind... Ich weiß nicht, sind wir jetzt raus? Ich will nicht mehr. Ja, wir machen mal eine kurze Vorfolge. Ich bin sowieso gerade buggy. Ähm, Bill, wir machen jetzt Schluss für heute. Oh Gott, tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Arrivederci. Alter, ich mach's stopp. Womit?